Willkommen zurück zu Chrono Cross, yay! Weiter geht's hier in einem Unterwasser-Dungeon. Da haben wir einen kleinen Cut gemacht, kurz bevor uns der Fisch essen wollte und es zum Kampfe kommt. Und ja, was gab's denn bei dir heute zu essen, werte Millie? Bei mir gab's heute Flammkuchen. No! Das ist was Gutes. Wir hatten gerade letztes Wochenende, hatten wir bei uns unsere Kirmes und da gab's auch ganz lecker Flammkuchen. Oh, weil ich jetzt immer so oft auf Drödelmarkt, ey, komm mir so. Ja, ja. Oh, so in einem Jahr. Ist schön, ne? Na, eigentlich ist nicht alles Kirmes-Drödelmarkt, also meistens sind es ja Weinfeste, aber man bezeichnet halt alles. Weinfeste? Ja, man bezeichnet das immer als Kirmeskerbe und so, deswegen kommt dir das so oft vor. Achso, okay. Pensi, da gehst du immer mal ein Weinchen schlürfen. Ah, muss, muss, ja. Ich mein, in der Weinstraße, da muss man das einfach tun. Ne, aber jetzt kommen wir mal zurück zum Spiel. Wir rennen hier rum mit Linksfenners und Lurker. Wir sind hier in diesem, ja, Unterwasser-Dingens und die Gegner scheinen ja relativ schaffbar zu sein, auch wenn wir da gar nicht hin sollten müssten, ne? Ja, optional halt und so, because we can, wie würde Obama sagen. Ja, genau, wir sind ja jetzt hier am Durchwursten. Wir wollen mal gucken, was an unserem nächsten Screen erwartet. Wir wollten ja, bevor wir mit der Story weitermachen, nochmal so ein bisschen abchecken, wo wir jetzt überall hin können und so. Und dann waren wir ja das letzte Mal auf dieser super tollen Insel mit diesen ewig vielen Treppen und diesem Plateau oberhalb, wo wir halt nur einen Schatten in die Bücher rennen sehen haben. Und ja, die ganzen Leute dort irgendwie in Angst leben, weil da, wo so ein furchterregendes Monster sein Unwesen treiben sollte. Richtig, richtig, ja. Ja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ich bin gespannt, ich würde gerne runterwarten. Doch, es geht ja. So, mal gucken, was ist da? Ja, noch ein paar Fischis, meinetwegen. Ich finde das so schön hier da unten, muss man ja sagen. Generell, unter Wasserlevels sind einfach was Schönes, ne? Ja, ich, also, ich, wenn man jetzt von Super Mario absenkt, sind unter Wasserlevels echt immer superschön, weil man ja so viele Farben und dann diese, dieser Blauton und Blau-Rot und Blau-Orange Kontraste, so schick. Das ist genau mein Ding, ehrlich gesagt. Ja, echt mal. Da fühlt man sich wohl. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich Angst habe vor Ozeanen, also so vor diesen Gedanken, dass man alleine auf offener See ist und halt, egal wo du hinguckst, nirgendwo irgendwie Aussicht auf Land ist. Ich glaube aber, da hat jeder Mensch Angst. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass das ein angenehmer Gedanke ist. Ach, ich lebe da kein Sau. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist natürlich, ja, ein gutes Leben ist bedrohlich, wenn man es so sieht. Aber hier für unsere Protagonisten zum Glück nicht. Die haben anscheinend kein Problem, unter Wasser zu atmen. Ich meine, so wie die Flasche in der FighterZ 7. Ja, ne? Mit dem blöden Zeit-Counter. Ja. Ja, irgendwelche Substanzen erzugen müssen. Ja, ja. Stellt euch nicht so an! Das stimmt allerdings. Na gut. Ich meine, wenn ich mir die Gruppe so angucke, ich meine Lynx, ne? Der hat eh 7 Leben. Ja, echt mal. Oder 9. Der kann 7 Screens weiterlaufen, verstirbt. Genau. Den alten Mann hat eh nichts rum und Fenast ist halt Fenast. Der hat schon blaue Haare, der ist im Wasser geboren. Garantiert, ja. Na ja, mal gucken, was wir hier so abgriffeln können. Und da bin ich natürlich auch ganz gespannt darauf, wenn wir denn endlich auch mit der Story weitermachen. Vielleicht gelingt das uns das heute ja noch. Mal schauen. So, Jumpthrow. Was war denn das eigentlich? Ach ja. Haben wir, glaube ich, alles schon mal gezeigt im letzten Part. Boomerang-Action. Show. Schön. Ja, was spielst du momentan so? Was ich momentan spiele... Oh. Ich spiele Metal Gear. Also wirklich, es ist ja Metal Gear Solid V. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, vorher noch den dritten und den vierten Teil durchzuknallen. Ja. Das habe ich halt den letzten Monat gemacht. Den vierten Teil habe ich wirklich eine Woche oder sogar nie. Das Wochenende, bevor Metal Gear Solid V rauskam, habe ich den vierten Teil durchgespielt, der bombastisch war. Okay. Aber wirklich, ich dachte so, oh mein Gott, so. Und dann habe ich irgendwie den fünften angefangen, mussten natürlich noch Ground Zeroes spielen und, boah, ich habe mich echt angestellt wie der letzte Hintertepp. Ja, also, ich kann eigentlich solche Spiele überhaupt nicht spielen, weil ich bin zu ungeduldig. Ich kann immer nie abwarten, bis ich die dumme Wache umdrehe. Okay. Und ich mich da dran vorbeistelle, meine... Ja, ich versuche das gerade zu korrigieren. Da ist es doch. Meine Variante ist halt immer so Tötene. Und wenn ich halt ne... Also, kämpfen halt so. Aber das hört ja bei Metal Gear Solid V auf so. Und jedenfalls habe ich es irgendwie nach anderthalb Stunden dann doch geschafft, nachdem ich der Blondine sicher zehntausend Mal den Tod gewünscht habe. Weil immer wenn ich mit ihr abhauen wollte und entdeckt wurde, wurde die halt getötet. Aber ja, das Ende von Conscious war ja übelst krass. Und der Anfang von Teil 5, also keine Ahnung, ich glaube, es hat mir teilweise... Mein Kopf ist einfach explodiert. Ich habe Sachen gesehen. Ich habe irgendwie in der ersten anderthalb Stunde, die ich schon gespielt hatte da, hatte ich schon brennende Blauwale gesehen. Was? Die, ja, die Helikopter verschlingen. Brennende Männer, die auf fliegenden Pegasussen sitzen. Okay. Ja, es ist der Wahnsinn gewesen. Aber es war so geil. Und oh Gott, dieses Feature. Was jetzt, glaube ich, übelst ein Shitstorm erfahren hat, wo man halt einfach diese, wie man diese Leute rekrutieren kann mit diesen Ballons. Das ist so witzig. Ich sitze jetzt mal bei mir im Zimmer. Ich muss lachen und lachen. Und die Leute denken, ich bin sowas im Schein. Aber das ist so lustig, wie die da wegtragen werden. Ich habe Schafe empführt. Äh, alles klar. Ich habe Schafe zu meiner Mother Base geschickt. Das ist ja wahnsinnig liebend. Okay. Oh Mann, das klingt echt gut. Das klingt so verrückt. Das ist super. Und ähm, neben dem spiele ich halt jetzt noch die Cat Lady, weil Tata. Ja, Cat Lady, auch schön. Und hatte ja schon das so rausgehauen bei Facebook. Ja. Leute, die mich halt gerne atmen wollen, können das gerne tun. Und halt, wie gehabt, einfach Milli Vanilli. Die, die in Deutschland wohnen, in Sachsen. Weil es gibt wohl anscheinend ein paar mehr. Ich habe halt ein paar X und so noch vor, nach meinem Namen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man mich darunter nicht findet. Von daher einfach, wenn ihr Bock habt und mich atmen wollt, Milli Vanilli. Mit, wartet mal kurz, ich glaube mit I, eh. Weil er mit I hat er mir nicht mehr angeboten, der Schuft. Weil wir schon weggenommen haben und so. Ne, doch mit nur I. Genau, und da können die mich jetzt atmen. Und genau, die Cat Lady und, oh, da haben wir. Cat Lady ist toll, ne? Es ist so geil, es ist endlich mal selber spielen zu können. Oh, das glaube ich dir. Geniales Spiel, einfach nur. Ich liebe ja den Soundtrack, ne? Ja. Oh, herrlich. Der kleine Anfang, es ist einfach nur fantastisch. Bombastisch, einfach das Spiel, ja. Ja, das ist so das, was ich so zuerst spiele. Ja, Mensch, so schön. Ja. Ja, aber ich schwöre bei Gott, ich glaube, Metal Gear soll 5 ist übelst verpackt. Wollt ihr? Ja, also ich hatte es jetzt zweimal gehabt. Es hatte ich vorher noch nie gehabt, dass meine Pläse mir abgeschmiert ist, meine Pläse D4. Ich meine, ich habe ja schon drei Spiele drauf gespielt und erfolgreich beendet. Ja. Aber bei, weil, ich hatte es jetzt schon gehabt, einmal ist mir Venom Snake einfach so an so einer Klippe hängen geblieben. Oh. So, und ich konnte halt nichts mehr machen, aber, ich glaube, nee, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Aber da konnte ich das Spiel wenigstens nochmal neu starten, beziehungsweise vom Kontrollpunkt aus starten. Okay. Und dann hatte ich es eben mal wirklich gehabt mit, dass mir die komplette Konsole abgeraucht ist, weil der sich so festgefahren hat, dass ich das Spiel selber nicht mehr irgendwie handhaben konnte. Und dann wollte ich es halt beenden und dann hat die Pläse es aber auch nicht beendet. Böse. Und dann, was ist denn das, was ist denn das, und dann, ja, und irgendwann ist dann halt abgestürzt, so. Ist mir bisher nur einmal bei Evil Within passiert, aber das war auch ein Komplettabsturz. Weiß auch nicht was. Aber ich krieg da voll einen Heart Attack, ich weiß auch nicht, weil ich mir das Ding, das ist schweineteuer. Ja, eben, da hat man gleich Angst, oh Gott, die Konsole, ne, aber kam bisher nur einmalig bei mir vor und deswegen hoffe ich einfach mal, ja, okay. Ja, also, dass ich mir halt jetzt komplett abgeraucht ist, mir halt auch jetzt nur eh passiert, aber es reicht schon, ey. Klar. Da hab ich echt drauf zum Müll. Boah, na, aber ansonsten ist es echt geil. Es sieht mega geil aus, es läuft, wenn ich das richtig mitkrieg, in stabilen 60 Frames. Sehr schön. Ja, es ist halt für mich noch so ungewohnt, ich weiß halt auch nie. Okay. Es ist für mich wirklich 60 Frames halt immer durch die Wande halt gespult und ich gewöhne mich halt da auch nie dran, weil ich weiß gar nicht, irgendeiner von meinen Freunden meinte man so, ja, das ist ja eigentlich natürlich fürs Auge und so, also natürlicher. Ähm, und eigentlich müsstest du dich dran gewöhnen, aber ich kann mich nicht dran gewöhnen, ich kann mich auch im Kino nicht dran gewöhnen. Ich spiel's auch, ne, aber es ist trotzdem fantastisch, also. Ja, ich freu mich drauf. Ja, auf jeden Fall, also, du müsstest ja jetzt den dritten spielen, ne? Ja, das werd ich dieses Jahr auch noch tun. Der dritte war schon ziemlich cool, ja, der vierte, ey, der ist der Hammer. Also, ich weiß ja nicht, eigentlich, rein theoretisch müsstest du ja nach dem dritten erstmal noch Peace Walker, ne? Ja, eben, ne? Oder so viel... Kommt ja storymäßig irgendwie dazwischen oder so. Ja, das kommt halt direkt nach dem vierten, also ich wollte's eigentlich machen, aber dadurch, dass ich's nicht mehr geschafft hab, hab ich's jetzt einfach weggelassen und mach's dann danach. Okay. Es ist rein theoretisch von der Timeline müsste ich's, hätte ich's eigentlich schon spielen müssen, weil die beziehen sich auch sehr oft auf den Peace Walker eben. Ja. Es ist jetzt ein bisschen öh, dass ich's eben noch nicht gespielt hab, aber ich kann nicht mehr erwarten. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, keine Ahnung, aber der vierte Teil, ey, der war, boah, also, ich hab teilweise so Gänsehaut gehabt und, keine Ahnung, und die Sequenzen, die gehen ja wirklich teilweise eine Stunde. Ja, viele finden das ja total furchtbar, ne, dass man, man läuft drei Schritte Sequenz, man läuft drei Schritte Sequenz, aber mich macht das an, mich macht das voll an, ganz ehrlich, ich freu mich so drauf. Ich, das ist immer so die Frage, na, auch jetzt, äh, wo ich Until Dawn spiele, immer diese Sache mit den interaktiven Filmen, äh, findet man, entweder man findet's geil oder man hasst es, ne, das finde ich immer diese, diese unterschiedlichen Ansichten, aber ich persönlich kann dazu nur sagen, je mehr Sequenzen, desto besser, ich find das so toll. Ja, ich find, bin da auch voll süchtig danach, und weil, wenn die übelst gut gemacht sind, warum denn nicht, und, ähm, ja, also, bei Metal Gear Solid, also, ganz so schlimm ist es nicht, du kannst schon ein Stück spielen, aber gegen Ende wird's dann schon sehr sequenzenreich, aber auch schon die Bossgegner, die sind so geil, also, jeder Kampf ist so, so mega geil, und, oh, ich kann da echt überhaupt schon nicht mehr objektiv an die Sache rangehen, das ist ganz schlimm. Und, oh, und dann, die ganzen Hommagen an die anderen Teile, das ist so krass, und dann gibt's eine Stelle, oh, wenn du dann da bist, du wirst so feiern, du wirst so feiern, ich schwör bei Gott, ich dachte dann, als es dann hieß so, ja, du musst jetzt wieder dahin, und nein, nein, das machst du jetzt nicht mit mir, Kojima, und dann bin ich halt dort wirklich, und dann bin ich so, oh mein Gott, ich bin fantastisch, äh, ganz, ganz fantastisch. Ich war zwar am Anfang noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du ja auch jetzt, nimm ja, die Top-Down-Perspektive dann hattest, ja, stimmt, und so, aber, ey, ohne Scheiß, es ist doch fantastisch, also, vierte Teile ist das Beste, also, keine Ahnung, ich kann halt, ne, weiter. Oh Gott, das ist ein Verhaber. Das wird ein Fest. Hier dann sitz ich halt da, ne, wieso hast du so lange gewartet, wieso hast du jetzt noch so viele Wochen dazwischen verschreichen lassen, das weiterzumachen, so hier der Hammer. Das wird ein Fest, Mensch. Ja, das wird wirklich ein Fest, also, könnt ihr euch auch drauf freuen, wenn es dann John macht, der wird bestimmt nur am Dauerfeiern sein, Leute, das könnt ihr mir glauben. Garantiert, ja. Also, Metal Gear Solid-Fan, und vor allem Fan vom ersten Teil, der kommt im vierten nochmal komplett auf seine Kosten. Definitiv, dauert ja auch gar nicht mehr so lange, muss man sagen, also, ähm, ich bin ja jetzt, äh, ich hab's ja schon angekündigt, Metal Gear wird's definitiv geben, wenn FFX2 vorbei ist, da denkt man sich, oh mein Gott, das dauert noch ewig, aber nee, ist gar nicht so, weil Kapitel 4, wo wir grad sind, FFX2, das ist relativ ultra kurz, muss man sagen, weil, äh, da hat man eigentlich nur Sequenzen, ähm, mit ein paar Ausnahmen, und dann ist man schon im finalen Kapitel, Leute, also, von daher, es dauert echt nicht mehr lang, wir werden schon sehr bald in den Genuss von Metal Gear kommen. Das wird schön. Ja, da freu ich mich auch auf jeden Fall, also, das sind ja die, letztlich, die ich mir auch mit am liebsten von dem, wo ich angucke, dass du mir. Frische, schöne Schmuckstücke, würde ich mal meinen. Ja, wobei, es wird halt, im Gegensatz zu den Vorgängern, die ich letztes Mal hab, noch failiger, weil, ne, bleibt, ne? Ja, aber das ist gerade das Geile, und der Dritte, der kommt ja sowieso nochmal mit so einer gewissen Eigenheit, mit, die halt die vorhergehenden Teile eben nie hatten, wo ich jetzt am Anfang dachte, so, hm, wenn ich da jetzt auch noch drauf achten muss, und, aber, es ist eigentlich alles machbar, und, wie gesagt, das, wenn's was in Metal Gear gibt, gibt was Geiles, und was sich bei Stangen hält, sind's die Bosskämpfe, und es sind halt wieder so paar rische Brocken mit dabei, also, keine Ahnung, wenn ich schon an den letzten denke, das ist der Hammer. Ja, ich freu mich schon sehr drauf, wirklich, ähm, ich find's immer so fies, ne, wenn manche in den Kommentaren schreiben, so, ey, du hast Metal Gear 1 nie auf European Extrem geschafft, was ich mal gesagt hab, was ja auch stimmt, aber, weil's einfach, ne, es ist sechs, sieben Jahre her, und dann, äh, spielt man halt scheiße, dann hat das halt nix mehr mit European Extrem zu tun, das glaubt mir kein Mensch, ne, und ich bin echt schon gespannt, wie manche Leute das auffassen werden, wenn ich so aufs Blind angehe, das kann ja nur noch schlimmer werden. Ach, Quatsch, Mann, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab das Spiel, glaub ich, nie auf European Extrem, weil ich mich einfach zu doof für sowas anstelle, ich will die einfach spielen, und ich will das Spiel genießen, und ist mir doch egal, ob ich mich anstelle oder nicht. Ja, klar, ne, seh ich genauso. Und, Leute, ey, John kann niemals so schlimm spielen, wie ich in Crown Seals gespielt hab, das nicht mehr. Weißt du? Ja, das ist unfassbar, ich saß selber hier, es hat mir keiner zugesehen, ich saß selber hier und dachte mir, wie dumm bist du eigentlich, das kann doch jetzt nicht, wie oft ich gestorben bin mit der Blondine, auf der Schuhe, das war Hammer. So, jetzt müssen wir mal drauf achten, ich hab jetzt vier Kämpfe in Folge gemacht, ohne mich bewegen zu dürfen. Ich hoffe, das ist kein Bug, weil irgendwie hört das nicht mehr auf mit den Kämpfen. Ich versuch jetzt mal wegzulaufen, ohne dass ich Kämpfe machen will. Okay, jetzt ist er weg. Okay, ich hab jetzt hier echt vier Kämpfe gemacht, das waren doch keine vier Gegner an einem Platz, aber okay, jetzt ist nix mehr da. Alles gut. Star Fragment, oh, das ist, ähm, ist das nicht wichtig? Oh, ja, genau, hieß es nicht, dass wir eins brauchen für das Monster? Genau, ja, dann können wir ja direkt wieder zurücklaufen, das ist ja schmucke. Cool, ja, viel mehr gibt's hier auch nicht, okay, cool. Es hieß doch, dass das Monster irgendwie gerne sowas hätte. Ja, da war sowas, hm? Fürchterliche, riesige Monster. Aha, okay, cool, ja. Dann hat sich der Ausflug ja gelohnt. Ja, ich denke einfach, dass waren so viele Kämpfe, weil es ein besonderes Item ist. Vermutlich, ja, jetzt, äh, darauf hinbezogen schon, ja. Okay, ich dachte schon, das hört nie auf, aber gut. Vier Kämpfe am Stück haben wir geschafft und jetzt nix wie raus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, äh, unsere letzte Aufnahmesession ist ein Walchen her. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wo wir schon waren und wo nicht. Äh, joa. Das müssen wir mal schauen. Also, hier waren wir, ist klar, dann hauen wir hier mal ab. Tschüssi. So. Du warst eine Welt. Vielleicht komm mir mal wieder. Ja, bestimmt. Ähm, also, ich bin mir relativ sicher, dass wir das Ganze von links nach rechts angepackt haben bisher. Äh, das, weil wir das immer so machen. Ähm, ja, Termina waren wir bestimmt, da haben wir ja relativ angefangen, ne, oder? Ja. Dann, äh, was ist das? Das ist, äh, was ist das? Kann da nicht hin. Doch. Oh, shit, jetzt passiert was. Äh, was hab ich gemacht? Was passiert jetzt? Oh, Leute, 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 darf ich vorstellen, das Ende der Zeit. Ja, Leute, wer Grono Trigger kennt, der fühlt sich hier sofort heimisch. Okay, das müssen wir speichern. Da müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen umschauen jetzt. Schön, da bin ich mal gespannt. Mal gucken, was er uns, ähm, sagt. Also, ich weiß nicht, steht das hier? Doch, das steht genau hier. Wo sind wir denn? Was sagt er denn? Nein, wir müssen nochmal rein, wir müssen nochmal den Ditsch bei checken. Das müsste da drin stehen, ne? Es steht nicht. Okay, gut. Dann, äh, werden wir uns jetzt einfach überraschen lassen. Mal gucken, was, äh, dieses Ding jetzt sagt. Steht das auf dem Menü drin, ne? Nee, ne? Ähm, obwohl, ja, könnte es sein. Mal gucken. Und, zwei. Ich bin jetzt fast entsetzt. Ja, ne? Sie lassen es, äh, gibt's hier auch ein Speckio? Gibt's hier irgendwo ein Speckio? Hallo, Speckio? Da, irgendwo. Speckio, where are you? Hier gibt's keinen Speckio, der wurde abgeschafft. Das finde ich gut so. Come back to us. Der war nämlich echt fies. Okay, reden wir mal mit dem Kerl da. So, this is the band of time. The band of time, okay. The special battlefield where Monsters travel across dimensions together. You can battle monsters that you may have missed. Oh, das ist super. Genau, also wir sind hier im Band of Time. Okay, ist auch das gleiche. Und wir können hier laut Blup Können wir hier Monster bekämpfen, die wir vorher The time will come for doorway to open. Okay. Ähm, reden wir können hier Monster bekämpfen, die wir vorher verpasst haben. Und die Tür können wir jetzt noch nie öffnen. Ähm, joa, die können wir aber später öffnen. Bestimmt, ja. So, was passiert, wenn ich jetzt da reinlaufe? Mal gucken, ne. Passiert irgendwie gar nichts. Okay, jetzt geht's mal ins Menü, aber bringt natürlich nichts. Ähm, hier. Aber ich meine, ne, wir sehen ja alle, woran das angelehnt ist. Oh. End of time. Wow. Ja, definitiv. Jetzt kommt ein Gegner. Oh, wir haben gespeichert, ne? Ja, zum Glück. Ähm. Okay, warum jetzt ausgerechnet die Gegner? Haben wir die schon mal mitgenommen? Die haben wir bisher noch nie getroffen, okay. Joa. Na, warum auch nicht? Ja, gut, die sind einfach. Die haben anscheinend schon relativ früh verpasst. Wo ist denn? Aber eine nette Idee, im Grunde. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch für uns ein, äh, wie heißt das, Prick? Oder, ähm, Pricks, ähm, für Lord Raiden hier. Interessant, wenn der da was nachholen möchte, dass wir da vielleicht nochmal hin können. Kann ich die jetzt nochmal machen, oder war das einmalig? Ich hab es nix an, ne? Okay, anscheinend geht das immer wieder. Oder kommt jetzt was anderes? Ja, jetzt kommen wieder andere, okay. Aber die haben wir doch mitgenommen. Ja, die kenn ich. Seltsam. Mhm. Auch die sind einfach für uns. Finde ich schön, dass sie jetzt, äh, in dem Fall, die Gebietsmusik immer reinspielen. Anstatt, äh, die Kampfluge. Ich krieg nichts. Ja, ich weiß. Es ist wirklich, äh, Skype, ey. Bevor ihr euch umbenennt, könnt ihr bitte noch dieses Feature bringen. Definitiv, ja. Das wär mal, echt mal an der Zeit. Ich bin ja wirklich auch gespannt, wie sie sich nennen wollen, ne? Ja, ne? Oder gehen die in Berufung, weiß jemand was? Ich hab nix Neues davon gehört, hm. Da passiert gar nichts, wenn ich da... Doch, jetzt passiert was. Vielleicht auch egal. Ach, ich versteh diese Wette nicht. Höchstwahrscheinlich auch in der Berufung... Okay, die sagen mir aber wirklich nichts. Äh, obwohl sie höchstwahrscheinlich auch in der Berufung verlieren werden. Das heißt, sie sich lieber das Geld sparen und ihre super smarten Köpfe zusammen... Ich glaube auch, ne? ...stecken und hier was ausknuspern. Ich bin mal gespannt, wie das noch endet. Ich stehe, sowieso. Wir werden in Zukunft nicht mehr skypen miteinander, wir werden jetzt was anderes tun. Ich bin auf den Flügel schon gespannt. Alphabeten. Ach, wenn ich schon an Google denke, ey. Ja, ne? Alphabet, ey, das riecht mich da drauf. Großart der Name, echt. Ey, hoffentlich bleibt das halt so und es wird halt nur irgendwie so die Mother Base, die sie dann halt in... Ich meine, da kommt ja noch so einen doofen Namen, ich bin mal ganz ehrlich. Also... Ich geh mal da runter, mal gucken, was da so drin ist. Oh, das klingt schon gefährlich, ja? Ähm. Ähm. Was sind wir denn? Aber den haben wir auch mitgenommen. Ja, den haben wir auch schon mal gemacht. Der spuckt ja hier diese Mimikviecher aus. Ja. Also ich verstehe noch nicht ganz Sinn und Zweck der Gegend hier. Ähm, na, ich weiß ihn auf jeden Fall. Aber ich will noch nicht spoilern. Also auf jeden Fall, der richtig coole Kuh kommt ja hinter der Tür. Ja. Aber das können wir halt auch erst machen im New Game Plus. Okay. Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Ihr merkt es ja, man kann hier bereits bekannte Gegner wieder killen. Software, wie man möchte, kann gut sein. Äh, aber erstmal nicht von Interesse. Vor allem, weil unsere Charaktere momentan auch gar nicht leveln. Deswegen, hm, können wir das erstmal ignorieren, würde ich sagen. Und gucken weiter. Ja. So. Na dann, auf zum nächsten Ziel. Was haben wir denn da noch so? Da waren wir. Was ist das? Das unten ist die, für die Demi-Humans. Das Marble. Da müssen wir ja hin, ne? Das ist unser eigentliches Ziel. Weil die ja bescheiden... Damit wir hier hinkommen. Der, der Ziel, der unerreichbar ist. Deswegen steht er hier so in rosa-lila-dingsbums. Da kommen wir nicht hin. So, waren wir hier schon. In dem Isle of the Damned. Ähm, wir waren zwar, aber wir waren jetzt in unserer jetzigen Tour noch nie. Genau. Und daher nehme ich die mal mit. Genau. Dann müssen wir mal kurz reingucken. Die ich ja übrigens sehr knurke finde von Aufmachung und Musik. Ja, hat was. Das hat auf jeden Fall was. Das ist die reinste Knochenlandschaft hier. Mal schauen, ob die Kegner drauf sind. Oh. Na gut, wir haben erst gespeichert. Wenn was passiert, was soll's. Irgendwo gab es ja ein Gebiet, wo wir gleich gestorben sind. Das war nicht so schön. Ähm, ja. Aber hier ist ja momentan noch alles friedlich. Da hinten links war es ein Feuerwesen. Mal gucken. Hm. Ich probiere es mal. Ist doch viel. Haben. Guck, ob wir eine Chance haben. Hm. Es sind gleich zwei. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal gemacht haben. Es kommen mir relativ unbekannt vor. Ich sag nicht so. Nö. Oh nö, der hinkert doch schon. Ja, das ist nicht schaffbar. Gut. Aber wir sind ja auch relativ gut ausgerüstet. Also wir haben ja, glaube ich, auch letztes. Mal noch Ausrüstungen gekauft. Aha. Oh ja, das ist sehr schaffbar. So, Fenners, taure hin. Knurke. Okay, kein Problem für uns. Mal schauen, ob es hier jetzt weitergeht. Oh, da haben wir auch interessante Elemente gerade bekommen. Mhm. So, was war denn das? Oh, ja, okay. Voll. Es geht weiter. Da waren wir definitiv noch nicht. Das, äh... Ich glaube, es war sogar hier, als wir fertig gemacht wurden und deswegen dann gegangen sind. Das war aber ja damals. Hm, damals. Wo wir noch kleine Schwachen haben. Ja, genau. Und noch keine große Katze. Genau. Jetzt hat sich das alles geändert. Nur einer von der Sorten. Das finde ich gut. Mal gucken, wie der drauf ist. Skelett-Drachi. Ach, ich mag den Katzen-Skill. Ja. Auch wenn ich mir aussehe, die Katzen sehen einfach aus wie viele in den Fleischburg. Ja, eigentlich schon, ne? Bam, bam. Und schon, das ist... Nee, es lebt noch, okay. Hat schon ein bisschen mehr aus. Wettpaint. Ach, das ging irgendwie auf alle. Ach so, ja, das ist ja mit dem... Ach, das war ja die Geschichte, ja. Und? Was gibt's denn schönes heute? Schwarz. Schwarz. Okay. Natürlich, jetzt wollen wir hoffen, dass der nur schwarz ist. Und wenn er schwarz ist, dann soll er doch bitte den John angreifen. Ja, natürlich ist er schwarz. Oh, oh. Powerdive. Ja, geht ja noch. Und der hat einen Röschen angegriffen. Mhm. Mann, Mann, Mann. Das hält aber auch was aus, das Vieh. So. Mal gucken. Oh. Da liegt sie sich irgendwie sehr schön. Juhu. Okay. So. Dann mal weiter gucken. Ähm, da könnte man hin. Das sieht irgendwie vereist aus, diese Zugänge. Dann gucken wir mal, machen wir erstmal den noch. Mal schauen, was da los ist. Wahrscheinlich werden wir noch nicht überall hin können. Mhm. Oh, da kommt gleich ein Powerdive. Sieht relativ cool aus. Ja. Oh, das ist gleich drei auf einmal. Ja, aber die wollen ja jetzt nicht so ein Problem. Oh, hier. Boah, okay. Nie geht er damit. Ja, ihr merkt schon, es wird, äh, noch ein, zwei, ja, noch einen weiteren Part wahrscheinlich dauern, bis wir am Ende sich mit der Story weitermachen. Aber es ist halt so verführerisch. Und wenn wir erstmal da durch sind und mit der Story weitermachen und dann an einen weiteren Ort müssen, dann, äh, geht das relativ fix. Ja. Weil wir das ja schon zum Teil erkundet haben. Genau. Also, gegen Ende geht's ja noch wirklich Schlag auf Schlag. Mhm. Das ist halt am Anfang, sag ich jetzt mal, Anfang bis Mitte des Spiels, wo man noch so seine Zeit noch so sehr fortunen kann, sag ich jetzt mal. Genau. Man muss einfach, es ist so spannend. Ja. Was könnte man abgrifeln vorab? Ja. Es ist halt, ja, das finde ich sowieso auch so ein schöner Aspekt an Chrono Cross, dass man eben schon relativ früh viele optionale Dinge mitnehmen kann, machen kann und das nicht erst im Endgame sozusagen. Genau. Wie bei manch anderen Spielen. Man hat ja so viele Spiele, wo das so schlauchartig ist, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, das vorab machen zu können und deswegen muss man das bei so einem Spiel einfach ausnutzen. Genau. Bin ich auch der Meinung. Also, ich finde es auch relativ gut, dass man eben auch so diese Waage hat. Also, man kann das Optionale machen. Ja. Und man kann hier wirklich vieles Optionales machen. Man kann natürlich auch mit dem Kopf durch die Wand bei manchen Gebieten, da muss man halt bestimmte optionale Dinge mitnehmen. Genau. Was natürlich einfach den Weg erleichtert, aber kann man halt drauf verzichten. Und eben aber trotzdem immer vom Spiel noch hingewiesen wird, wo man jetzt hin soll. Weil es gibt ja, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Saga Frontier, ist ja auch so ein älteres RPG von Squaresoft zu der Zeit noch. Und da war ja damals die Kritik von den Spielern sehr hoch, dass das Spiel einfach zu frei, also dass das Spiel einen halt wirklich überhaupt nie an die Hand genommen hat. Es waren, man hat ja am Anfang irgendwie fünf Möglichkeiten gehabt, wo man hingehen konnte. Und was dann aber natürlich auch diese ganze Timeline und alles beeinflusst hat. Also, wie man dann weiterreist und so. Das ist, natürlich ist das ganz cool, aber ich kann halt natürlich auch die Spieler verstehen, die da jetzt vielleicht das nicht so mögen, dass die halt am Anfang schon so viele Möglichkeiten haben. So viele Möglichkeiten haben und eben nie wissen, wohin. Und dann, keine Ahnung, in ein Gebiet gehen, was vielleicht jetzt doch schon von den Gegnern her stärker ist, als man es vielleicht gewohnt ist zum Beginn eines Spieles. Das ist halt immer so eine, ja, manche finden es halt cool und manche finden es halt dann Mist so. Aber ChronoCost hält halt genau die Waage so, finde ich. Also, du kannst natürlich laut Spiel so laufen, dass du nichts Optionales mitnimmst, sondern erstmal nur die Story. Aber du hast halt auch die Möglichkeit eben gleich am, zu Beginn vieles Optionales zu machen und das ist halt sehr schön, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Es ist einfach einem freigestellt. Man hat nicht wirklich einen Nachteil, wenn man es eben nicht macht, weil dieses Levelsystem ist einfach in dem Fall so gut. Man braucht halt nur ein paar Kämpfe, um halt up to date zu sein und dann mehr Kämpfe bringen einem eigentlich kaum was, außer jetzt vielleicht ein paar Farm-Items. Draußen auf der Straße ist gerade die Hölle los, aber okay. Ja, wie ihr merkt, wir sind hier, wir kommen hier nicht weiter. Also, es gibt hier noch diese vereisten Eingänge, da können wir momentan anscheinend nichts tun und alle anderen führen hier ins Leere. Gut, dann müssen wir wohl zurück. Das war's hier erstmal. Na gut. Trotzdem interessant. Auf jeden Fall. Obwohl, jetzt bin ich hier. Moment mal. Bringt mir das was? Ah ne, bringt mir nichts, weil auch hier ist schade. Na gut. Ich glaube, wir brauchen dafür wirklich ein A-Team. Also, ich weiß halt nicht, ob wir es schon haben, weil ich könnte mich jetzt auch nie an den Namen erinnern. Ja. Unverschneidig. Ne, gut, dann gehen wir hier erstmal. Wir sollen hier noch gar nicht sein. Genau, allerschlimmstenfalls kommen wir halt im Endgame, im Postgame dann nochmal hierher. So ist es, genau. Jetzt sind die Gegner wieder da. Ich versuche die jetzt eventuell zu meiden, weil, wie gesagt, wir leveln eh nicht mehr und wir haben es uns nochmal gemacht. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig. Aber der Part ist sowieso voll. Wir rennen hier jetzt raus und werden uns erstmal auf hier verabschieden. Nächstes Mal geht es dann natürlich im nächsten Gebiet weiter. Mal gucken, auf was wir dann zusteuern werden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. Was ist denn das? Ne, das ist auch wieder nichts. Sackgasse. Na toll. Nein, zur nächsten Sackgasse. Hier geht es raus, oder? Jo. Ja, sieht gut aus. Gut, Freunde. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann geht die Erkundung weiter und vielleicht machen wir auch mal Story. Mal gucken. Bis dann.